Kurze Frage, was muss man bei The Guide machen? Alle Maps, die es gibt in Escape from Tarkov hintereinander überleben, ohne dass du dabei stirbst. Das heißt, das ist der gesamte heutige Stream. Das werden wir heute komplett machen. Chat, wir gucken uns einmal kurz dieses Gear an und wir realisieren, dass das dumm ist, was wir tun. Und dann gehen wir in Labs rein. Was haltet ihr davon? Warum tue ich das? Ich weiß genau, dass ich jetzt sterben werde. Ich weiß es zu 100%. Dann gucken wir mal. Wir brauchen drei Raider. Drei Raider und Labs überleben. Ich glaube, also wenn wir keinen Cheater haben, dann ist das auf jeden Fall mehr als machbar. Kannst du direkt ausgehen oder was hast du vorhin, nö? Where the fuck is this spawn? Äh, sollen wir PMC spawn pushen oder? Ich überlege, Mann. Oh Mann, ey. Ich freue mich auf Ausdauer-Elite. Das waren PMCs, Boys. Das waren keine... Das waren PMCs. Das waren keine Raider. Ich wünschte, es wären Raider gewesen. Das waren die einfachen Gegner auf Labs. Das waren nur die PMCs. Das war's. Das war's. Fuck. Ich dachte, er war bereits tot. Unnötigste Quest, die es gibt, aber es ist halt, außer was zu tun. Wir brauchen drei Raider, drei Raider und Labs überleben. Ich glaube, also wenn wir keinen Cheater haben, dann ist das auf jeden Fall mehr als machbar. Ja, ich bin auf jeden Fall der letzte PMC auf der Map, sonst würden die nämlich in mir nicht so alle so krassen Teile rennen. Nächste Mapboy wäre auch noch eine Option gewesen, aber ich glaube, ich würde nicht in die Mitte rennen. Also ich renne halt auch nicht in die Mitte jetzt. Oder soll ich in die Mitte rennen, Chat? Reset neben kurz zurück. Wunscher, du geiles Stück, Mann! Gib mir eine Sekunde, ich krieg grad aufs Maul, ja? So, die wievielte Map ist das? Das ist, äh, die dritte. Chat, ihr könnt euch bei dem guten Herrn Kwaku bedanken, dass wir diese Runde jetzt im Facecam-Modus spielen werden. Weil er mich darauf hingewiesen hat, dass ich die Szene ändern soll. Ich hoffe, ihr habt alle eure Brillen an und dass ihr das Ganze da unten rechts erkennen könnt. Okay, komm, ich hab euch genug getrollt. Ich hab euch genug getrollt. Wolltest du Spranden machen, Boys? Alles gut. Zwei Headshots. Ich muss eh heute mehrfach ne Guide machen. Also von daher können wir es direkt auch nochmal machen. Ich hab nen Peem Seekill gemacht, Mann. Ich hab meinen Soll diese Runde erfüllt. Nein, 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 nein! Wer auch immer das macht, ihr seid Assi! Boah, nein Come on, bitte lass mich draußen sein Set gezählt Nice, okay Woods, boys Woods Das ist eine der schwierigsten Wenn nicht sogar die schwierigsten Questen ganz Tag auf Showmaster Du musst alle Tag auf Maps überleben Hintereinander ohne zu sterben Oh fuck Ich hab nichts zu halten dabei Keine Nades mitnehmen hilft auch Das hab ich immer gesagt Selbst wenn jemand das Self-Nade triggert Ich darf diesen Raid dann nicht mehr überleben Und ich keine Granaten mehr dabei hab Das heißt, ich müsste auch disconnecten Das sind die Regeln Ich muss dann jede Map neu machen Ich muss komplett von vorne starten Komplett von vorne Alright, boys Ihr müsst mir auch ein paar Scaps überlassen Sorry, Junge Geht der von da hinten weg Wartet bitte Bleibt hier in dem Raum, boys Bleibt in dem Raum An einer Stelle bin ich halt happy Dass mich jemand so viel guckt Also auf einer Seite Macht sich mich halt happy Dass halt jemand so sehr Boah, Alter Ah ja, die erste Self-Nade wurde schon gesündet Benni Nur für 40 Minuten war es Ich bin mir gerade eingeschissen, Alter Dan McMite 1000 Woi, woi Machen wir 8000 Alter, was Dankeschön, Meister Einfach vielen, vielen Dank, Mann Und SimSim haut auch den Allerersten Sub hier auf dem Kanal raus Holy shit, ey Ähm, was? Ey, was tut ihr da? Was? What? What? Einfach eine 10er Stufe 3 Bombe Und noch eine 10er Bombe hinterher Was? Er macht halt heute die 10.000 voll Ich will halt 15.000 mal Danke sagen Aber ich Haha Es ist halt so Was? What do you mean? Deine Community hat insgesamt 40 45 Oh, welcher Pisser schneidet hier Zwiebeln, Alter Hier steht halt einfach mehr Nachrichten von Twitch selber momentan im Chat Als Chat-Nachrichten Ja Hattest du schon mal 1000 Subs? Nein Ich hatte noch nie so viele Subs Ey Ich weiß nicht, was ich sagen soll Ey 921 Ich equippe mich jetzt einfach, I guess Ich Ey, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll Ich weiß wirklich nicht, wie Ich Wir reden hier über so viel Geld Das ist Ist ja deswegen gerade so sentimental gewesen Wir haben den Stream mit 700 740 Subs angefangen Irgendwie so um den Dreh, glaube ich Keine Ahnung Ich meine eben so 740 im Chat gelesen zu haben Und wir sind jetzt bei 1000 Ich versuche jetzt einfach irgendwie Tag aufzuspielen I don't know, man I I really don't know I really, really, really don't know Ich schmeiße schon weg Dankeschön Jetzt wissen alle, wo du bist Hold your fire Hold your fire Hey, Alter Sparta, dankeschön, man Vielen, vielen Dank Darf ich mal kurz aufs Klo gehen Das ist in Ordnung Darf ich Und sie hat gesagt, ich darf Ihren Finanzministerium Ja Boah Ja, ich muss aufs Klo Aber ich muss aufs Klo Ich muss kurz weinen gehen Offstream Dass ihr das nicht seht Und ja Dann geht es mir, glaube ich, wieder besser Gebt mir kurz eine Sekunde Ja Ich gehe kurz heulen Gehe kurz sicken Und dann passt das Wir gehen danach auf Reserve We don't play that fucking shit here, boys We don't play that shit Jetzt ist halt die Frage Mods Macht euch schon mal auf die Antwort Auf die Frage bereit Ich habe einen mit einer Granate ge... Ich habe einen mit einer Granate gekillt Zählt das als Headshot oder nicht? Ja, natürlich zählt das Denn Wie heißt das so schön? Weil die Mods haben immer recht So, weißt du Das ist halt das Ding Okay, Leute Ich bin so durch, man Ich Ey Kohaku und Sparta Ihr habt Lack gesoffen Yuchun, du auch Das ihr habt Alle Jeder einzelne von euch Hat fucking Lack gesoffen Maya mit dazu Alle Alle Jeder, der gerade anwesend ist Hat Lack gesoffen, ja Ständig, Dankeschön Das ist bisher nicht die geilste Community anstattet Ich glaube, das traut sich keiner mehr zu sagen Nächste Prediction Auch mal bitte hier schön Liebe an den An die Mods Dass sie wirklich fast jede Runde eigentlich heute Eine Prediction am Start haben Einmal bitte Liebe für die Mods in den Chat Mods, Dankeschön Hashtag Mods loben, genau Hashtag Mods loben Wie viele Maps noch? Drei Vier Drei Ah, I don't know Ihr wollt mich jetzt verarschen, ne? Das ist schon wieder ein Hype-Trainer Ab wann spawrt man auf die Map? Kann mir das bitte kurz einer sagen? An sieben Minuten, naja, ich kann Einfach wieder ein Fünfer-Hype-Trainer, Alter Ihr habt einfach den nächsten Hype-Trainer Hype-Trainer auf Stufe 5 abgeschlossen Deine Community hat insgesamt 34 Gifted Subs Und 666 Bits beigetragen Kann man sich schon ein paar Döner holen? Ja, ich glaube Das sind bestimmt zwei Döner Und vielleicht drei Hier bin ich, Alter Okay, wo muss ich raus? Outskirts Das W in Woods steht für Was für eine Scheiß-Map Oh, das ist geil Wie hoch ist gerade dein Puls? Ganz ehrlich Ich bin einfach nur neben der Spur, BJ, Mann The Guide geht mir halt So voll und ganz am Arsch vorbei gerade But I still fucking got it And I'm still better Meine Hände sind so schwitzig, Leute Es liegt halt noch nicht mal am Spiel Ich dachte, ich würde schwitzen Wegen The Guide heute Hm? Arschlecken Das ist mit einer Safe Night Geht eh nicht mehr Monsieur Abgeholt Uff Uff Kuko, du Sack Wollte eigentlich, dass alle auf dich warten müssen Müssen an Lucky Uff Chat, ich werde mich jetzt erstmal Ein bisschen diese Runde auf die Auf das Game konzentrieren Falls ich jetzt gerade So ein bisschen abwesend bin Vom Chat, verzeiht mir Ich könnte halt versuchen Peer rauszugehen Aber es ist halt Wenn du jetzt noch lebst Ja Ich glaube, ihr habt mich jetzt genug getrollt Also das ist, ne Also Ich meine, vielen, vielen Dank an Mr. Nonamist Den haben wir eben gerade fucking 666 Bittys auf den Tisch geklatscht hat Aber Muss ich den Boy looten? Wait Wait, 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 wait 45, muss ich den looten? Ich weiß es gar nicht Oh shit Shit Hast du in einer Tanke in der Tether gekillt? Stimmt Wir haben zwei Kills Wir haben zwei Fuck, ich hätte drin bleiben können Puh Okay Äh, ja Ich hätte gerne einmal bitte Genug Leute in der Lobby Für Factory Fall machen Einmal bitte die Boys An den Start Black Skill Wer ist das denn von uns? Ist einer von uns? OC vom Namen? Ja, stimmt Black Skill Ja, da bist du ja Stimmt Abfahrt Was macht ihr da eigentlich? Die Zeit runterlaufen lassen Hey Mann Let's unite You fix it to cooperate Bei einem Schuss Bei einem Schuss Bein gebleckt Ist da oben gerade was gepreecht Habt ihr das gehört? Da oben ist doch gerade was gepreecht Was passiert da? Das war aber ganz schön viel Action Dafür, dass das gerade Äh, nur ein paar Scaps waren Okay Boys Wir haben's Wir haben's Wir haben's Wir haben's Chat Kappa Loadout Für diesen Wipe Steht Hiermit Fest Sind sie mit dem heutigen Stream zufrieden Herr Streamer? I don't know Ich hab irgendwie das Gefühl Ich muss irgendwas Zum Abschluss sagen Oder? Keine Ahnung Ich weiß nicht Was ich sagen soll Du siehst Pferde Ich bin Ich wurde noch nie mit sowas konfrontiert In meinem Leben Und das Ähm Ich hatte's eben schon erwähnt Das sind Das sind Erinnerungen Die mir niemand mehr nehmen kann Ich hab keine Ahnung Was ich da großartig sagen soll Das ist Äh Wir sind bei 1072 Subs Das ist insane Das ist insane Das sind Erinnerungen Die wir uns als Community Gemeinsam hier aufbauen Das sind Immer wieder von Tag zu Tag Irgendwas Neues Was passiert Und was Unglaublich schön ist Dankeschön Leute Mehr kann ich dazu glaube ich nicht sagen Hast du die Guide fertig Ja Ein Kapper ist da Freunde es gibt nur eine Person Die wir jetzt raiden Ich hoffe das ist euch klar Es gibt wirklich nur eine Person Die wir jetzt raiden Es gibt keinen der mich so krass Auf diesem Weg begleitet Im Streaming Bereich Wie der Maya Von den anderen Streamern her Lasst ihr dann einfach ein bisschen Liebe da Irgendwie irgendwas Das würde mich sehr freuen Das würde mich sehr sehr freuen sogar Dankeschön 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 Bis zum nächsten Mal.